Wie schweißt der Elektromotor zum starten? Weißt du, ein Hohenschätze, oder funktioniert das anders? Weiß ich nicht, hab ich noch nicht ausprobiert. Ja genau, mit Motorschut. Ich sag, dass man es dir runterhaut, dann schlag ich dich. Da kann ich auch was aufmachen, da brauchst du eine Stahlseite. Das ist ein Schlag. Das ist ein Schlag. Das ist ein Schlag. Ich schlag. Untertitelung des ZDF, 2020